ja hallo und herzlich willkommen zur letzten folge es ist ein wunderes spiel es hat wahnsinnig spaß gemacht ich sage mal jetzt hier so danke an die spiele entwickler und programmierer und videos alles hier gemacht haben klasse ich habe meinen eigentlich recht schnell aufgebaut habe das durchgezogen es hat einfach gesuchtet ich konnte einfach nicht anders ist ich konnte mir einfach keine zeit lassen mal entspannen oder so ich habe einfach den schnellstmöglich den größten bauen wollen bei youtube muss ich sagen gibt es ja viele die schon ihre parks gebaut manche haben ja eine richtige kunst draus gemacht also wirklich gibt es da wahnsinnig geile videos zu dem spiel es ist fantastisch ich habe vieles erst auch gegen ende herausgefunden wie man was macht und ich habe eigentlich so ziemlich so was mir alles einfiel oder ins auge gestochen hat ich habe einfach alles ausprobiert ich habe aus bestimmten gründen zum beispiel andere tiere nicht in den park mit integriert weil ich finde tiere haben nichts in solch einem park oder derartiges zu suchen ein purer tierpark also ein zoo sage ich jetzt mal in gewisser weise ja solange die tiere bereits aus einem anderen zu oder so kommen würden kann ich es noch mehr oder weniger vertreten aber das ist wieder ein anderes thema das ist ein bisschen zu ja könnt ihr auch mal eure meinung zu geben wie findet ihr tiere im zoo geht ihr gerne in den zoo seht ihr gerne eingesperrte tiere ja es gibt ja viele verschiedene meinungen aber ihr könnt es ruhig reinschreiben in die kommentare wenn ihr das möchtet für diskussionen und sowas bin ich auch immer gern da ich höre auch gerne eure meinung wenn ihr vorschläge habt was ich auch mal spielen könnte man jetzt mal ganz krasser übergang wenn ihr meint hey spiel mal das und das spiel und ich gucke mir das an an und wenn es mir gefällt dann werde ich es auch sicherlich mal spielen aber wann oder ob ich mir das dann ja ob ich das dann wirklich spielen werde weiß ich nicht ich denke mal schon ich baue jetzt gerade eine straße warum auch immer also ich möchte schon viele verschiedene spiele spielen ich möchte immer interessantes bringen neues und altes versteht sich ob es free to play oder kostet oder so ist für mich irgendwie jetzt nicht im wort zu sagen ja das spiele ich oder nein das spiele ich nicht ich habe jetzt ein anderes spiel entdeckt auch noch was gratis ist es ist irgendwie an minecraft irgendwie angegrenzt irgendwie ist es nur so ein creator bestimmen auch erhältlich gratis und da habe ich gerade erst angefangen ein bisschen was zu sammeln ich habe nämlich irgendwie mal so gedacht mal nebenbei irgendwie andere videos zu bringen mal kein let's play sondern irgendwie kreativ bauen oder skulpturen oder figuren ich weiß es noch nicht irgendwie habe ich mir das überlegt aber ich habe da noch keine schafe für die wolle für die farbige wolle oder so gefunden auf jeden fall muss ich mich erst mal da rein fuchsen also da habe ich auch noch einiges zu tun also ich habe wirklich den ganzen tag ich habe leider zurzeit ein bisschen mehr freizeit als erwünscht und deswegen werde ich noch vieles 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 anderes noch online bringen ich habe jetzt wie gesagt nach diesem video also morgen wenn ihr das heute gesehen habt wo es heute raus kam nächsten tag drauf kommt ein neues schon wieder und zwar lego harry potter jahre 1 bis 4 das habe ich mit dem lieben exiler gespielt und ich muss sagen es ist richtig geil also wir haben auch schon vor produziert weil ja viel feiertag und sowas alles jetzt war oder ist ich weiß ja nicht ich habe nicht genau ausgerechnet wann dieses video dann online kommt es wird echt spaßig ist es wirklich witzig vielleicht ist die grafik nicht ganz so der beste aber das spiel ist auch nicht das neueste na und wir spielen das mit control also versuchen es mit controller zu spielen aber es gibt immer wieder mal probleme ich bin froh dass wir überhaupt so weit kamen und dann würde ich sagen es war mir eine ehre es hat spaß gemacht dieses park spiel ist hammer vielleicht werde ich es im januar beziehungsweise wenn jetzt jetzt januar ist dann sage ich mal so ich werde auch auf twitch bin ich dann aktiv ich werde meinetwegen auch gerne mal ein park so bauen ich kann auch andere sachen bauen und wenn ihr das nicht gucken wollt auf twitch weiß ich euch entweder zu lang ist oder die zeiten sind unpassend weil ich werde sporadisch online sein es kann morgens schon losgehen mittags oder abends es ist ganz unterschiedlich und auch unterschiedliche spiele ich habe nichts festes oder so und zwar werden wir dann uns dort sehen oder ich werde es dann bei youtube versuche ich zumindest daran zu denken ist auch dort hochzuladen solange meine leitung das alles mitmacht man weiß es ja nicht immer so genau eigentlich ja schon aber dann kann ja auch mal was schief laufen aber ich denke so sehen wir uns dann auf jeden fall wieder schaut auf meinen kanal und wenn wenn er euch einfach auch gefallen hat entweder gibt mir ein abo ein like für die videos die euch gefallen haben denn so weiß ich dass es euch gefällt wenn ich zum beispiel nur kokolores mache wenn ich irgendeinen scheiß mache oder so und ihr denkt so könnte sie es besser machen schreibt es einfach in den kommentar es ist eine tastatur vor euch immer da haut einfach auf die tasten macht was ihr immer wollt ich möchte immer gerne eure kommentare hören hat es euch gefallen ist es gut gewesen was könnte man verbessern oder zum beispiel auch wenn ich dann die 100 abonnenten habe werde ich fragen beantworten ihr könnt meinetwegen auch schon die fragen stellen ich werde sie mir notieren ich werde das vorarbeiten ich werde ein video draus machen ich werde ich werde auf jeden fall versuchen mindestens die hälfte der fragen oder die ganzen fragen gleich mit einem rutsch fertig zu machen aber noch ist es denke ich noch nicht so weit kann noch dauern wer weiß ich muss mich auch noch ein bisschen aufmerksamer machen wir muss ja zeigen hier ich bin da guckt ja ich will eigentlich auch nicht so viel scheiße labern also werde ich mal so sagen es hat spaß gemacht es wird weiterhin spaß machen denke ich und ich bleibe euch auf jeden fall erhalten ich werde euch weiter auf die nerven gehen facebook twitter instagram bin ich auch ich bin eif gut verbreitet würde ich sagen ich muss jetzt nur noch irgendwie herausstechen zu dem was andere machen und ich werde mich auf jeden fall darauf aufbauen das hier ist ja erstmal nur zum warm werden sozusagen ja bevor ich jetzt noch blödsinn erzähle beende ich lieber dieses video es hat wahnsinnigen spaß gemacht und ich würde sagen immer mein ich würde sagen das ist furchtbar ach ja haben wir schon die perspektive gehabt von unserem eingang wenn man so reinkommt sieht man was sieht man ganz schön viel was man machen kann was man einkaufen kann man gleich entspannen und man kann baden an zwei verschiedenen stellen wenn die andere ecke dazu ja zu volles geht man hier hinten hin zu dem vulkan der ausbricht ist ja auch sehr entspannt ja also ich würde sagen ich würde sagen ich höre jetzt einfach auf gibt mir ein abo und like dislike meinetwegen auch wenn es euch überhaupt nicht gefallen hat aber dann bitte schreibt es doch mal in die kommentare warum es euch nicht gefallen hat weil manchmal habe ich dislikes und ich weiß nicht warum gut jeder hat sein recht dass sein hater oder sonst irgendjemand ist der sagt einfach nur nur gefällt mir nicht ich gebe aber keinen kommentar dazu ist jedem selbst überlassen aber so weiß ich wenigstens dass jemand mein video beurteilt hat und auch dafür danke ich oder auch in zukunft ich werde euch immer danken das könnt ihr gewiss sein ich bin immer am gucken oh wie sind denn meine videos jeden tag ich bin wirklich immer da ich gucke immer nach dem rechten ich versuche immer euch zu war alles zu beantworten anfragen so schnell wie es geht also ich werde auch in den kommentaren mit euch diskutieren beantworten oder danken oder wie auch immer ich wünsche auf jeden fall euch einen schönen tag noch schönen abend und und macht's gut tschüss